Herzlich willkommen zum Einsingen. Es folgen nun vier Übungen zum Aufwärmen und Trainieren der Stimme, die sich an einer mittleren Stimmlage orientieren. Das bedeutet, dass sowohl höhere als auch tiefere Stimmen bequem mitsingen können und sollte es einmal zu hoch oder zu tief werden, kann man selbstverständlich jederzeit pausieren und wieder einsteigen, wenn es bequemer wird. Vor den einzelnen Übungen kommen ein paar Hinweise zur Umsetzung und zur Stimmtechnik. Viel Erfolg und gutes Einsingen! In der ersten Übung wird der Nasenraum klanglich aktiviert. Mit der Silbe µ wird dabei in einer Schleife der Grundton umkreist. Das N sollte ganz weich und ohne Druck gebildet werden und beim Ü im Mund möglichst viel Raum für den Klang sein. Die einzelnen Töne werden weich miteinander verbunden, wie wenn man eine Decke glattstreichen würde. und diese Zürger wird der Schleife der Schleife der Schleife der Schleife der Schleife der Schleife. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Bei der zweiten Übung kommt etwas Bewegung ins Spiel. Es geht von der Quinte aus bis zum Grundton in Terzschritten abwärts wie bei einer Treppe und auf jedem neuen Ton wird die Silbe gewechselt, entweder Si oder O. Si, O, Si, O, Si, O, Si, O, Si. Gerne kann man Si und O mit einem kleinen J verbinden, sodass ein ganz weiches Legato entstehen kann. Die ganze Übung sollte auf einen Atemzug, also ohne zwischenzuatmen, gesungen werden. Si, O, Si, O, Si, O, Si, O, Si. 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 O, Si, O, Si, O, Si, O, Si, O, Si. O, Si, O, Si, O, Si, O, Si. O, Si, O, Si, O, Si. O, Si, O, Si, O, Si. Die dritte Übung dient besonders in den höheren Lagen dazu. Die Kopfresonanz zu aktivieren. Die Silbe Ju sollte daher mit der Vorstellung gesungen werden, dass der Raum vom Gaumen aufwärts bis zu den Augen von angenehm frischer Luft oder einem besonderen Duft durchströmt wird. Juh, 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 Juh. Juh, 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 Juh. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Der Anfang auf den Vokal O sollte staunend sein und der weitere Verlauf zeichnet mit seinen Auf- und Abstiegen ein kleines Gebirge nach. Das Ganze darf etwas schwelgerisch klingen und sehr legato gesungen werden. O la montagna Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020